Das allzeit erwartete oder allseits erwartete Jackson Hole Wochenende ist rum und was hat es dem Markt gebracht? Naja, vielleicht die eine oder andere Information, aber für die Marktteilnehmer nicht so richtig den Bringer, der jetzt motiviert hätte in die eine oder andere Richtung. Also es gab weder im Nachgang jetzt einen richtigen Schub, wir haben zwar am Freitag dann auch zur Fett-Rede bzw. zu Pauls Rede da eine Bewegung gesehen, die ging ja noch nach oben. Ja, aber so richtig, dass das jetzt die Türen nach oben weit geöffnet hat, aktuell jetzt zumindest mal im Übermaß, nein, das kann man tatsächlich nicht sagen. Alles also erstmal in einem ganz normalen Umfeld, also nicht wirklich eine große Änderung, allerdings eben auch nichts nach unten. Nichtsdestotrotz steht ja eine Korrektur durchaus an, das muss auch nicht böse sein, viele fassen das immer negativ auf, Korrektur, das ist ja was Böses. Nein, es ist halt eine Verschnaufpause und die hat der Kurs aktuell ja so halbwegs, wenn wir hier auf den Dow Jones, das ist der Future hier angucken, jetzt aktuell eingeschlagen. Also so ein bisschen eine Abwärtsbewegung hier. Auf den Dow Jones will ich gar nicht so sehr eingehen, dazu habe ich ja hier schon einen Beitrag gebracht hier im Trade des Tages bzw. eben auch über Born for Trading versendet. Und je nachdem, macht am besten beides, dann habt ihr das manchmal in Videoform, manchmal eben in Textform mit den konkreten Marken. Deshalb verlassen wir mal diesen Markt, dazu habe ich ja schon mal eine Idee aufgeschrieben, wie man der Sache begegnen kann. Der S&P 500, das ist ein Titel, der ebenfalls nach diesem wunderbaren Anstieg, jetzt hier hatte ich schon die 5 mal irgendwo hingemalt. Die war aber noch so ein bisschen teilnahmslos da oben und die ist bewusst da oben irgendwo noch nicht fest verankert, denn noch wissen wir nicht genau, ob der Kurs da jetzt tatsächlich abprallt. Hier hat es der nicht wahrgenommen, das wäre auch eigentlich zu früh ideal, wäre irgendwo da oben bei der 100er Marke, das ist bei 4.529. Das ist natürlich kein Must-Have um Himmelswellen, das ist nur so eine grobe Orientierung, ist ähnlich groß, das ist wie mit den Kindern, man kennt das, die sind nicht alle gleich groß, aber irgendwie dann doch einigermaßen ähnlich und so sollte es hier auch sein. Das muss nicht exakt immer sein, aber das ist so eine Orientierungshilfe, dann kann man sehen, das passt wahrscheinlich schon. Also insofern, dieses hier wäre jetzt eine Zone für einen Rücksetzer, ich habe es hier mal angedeutet, 1, 2, 3, 4, 5, noch sehen wir hier keine Schwäche der S&P, also anders als der Dow Jones, der ja im kurzfristigen Chart, wir haben es eben gerade gesehen, ein wenig nach unten zieht. Das ist beim S&P 500 noch nicht erkennbar, der ist noch auf der Aufwärtsseite unterwegs, aber er hätte es eigentlich verdient hier, dass der eine Korrektur macht, weil eben auch so dieses 1, 2, 3, 4, 5er Verhalten, was es häufig im Großen gibt, was es jetzt hier gibt und eben dieses sogenannte Cluster, also dass mehrere Marken eng beieinander sind. Hier liegen zwei jetzt aktuell beieinander, man kann es kaum erkennen, dass das Gelbe hinter dem Blauen sozusagen, da in diesem Umfeld, ich mache mal so den Mittelwert, 4.525 so ungefähr, plus minus 5 Punkte, das wäre so die Range, wo man sagen kann, Boah, komm jetzt, lass auch mal für eine Weile gut sein. Das ist so ein bisschen ähnlich wie das, was wir hier hatten auf der Unterseite, hier ist es grün, deshalb grün, weil das mehr so diese Rücksetzer waren, in diesem Fall geht es natürlich nach oben, die Gelb ist immer so meine Projektionsmarke, also so aus diesen Geschehen, die wir hier vorher hatten, das wäre eins und die Blauen, das sind meine Extension Levels, für diejenigen, die sich irgendwie mit Fibonacci so ein bisschen intensiver schon beschäftigt haben, denen sagt das was, das ist so eine Indikation. Aber wichtiges Indikation ist wie beim Autofahren der Blinker, wenn man links blinkt, heißt das noch lange nicht, dass man links fährt, meistens oder ganz häufig passt es ja, aber trotz alledem kann es noch sein, dass er dann wieder rüber zuckt und dann eben nicht da hinfährt. Genauso ist es hier, bitte nicht jetzt davon ausgehen, es muss zwingend jetzt hier drehen, aber die Chancen sind halt relativ groß, aber wartet ab, bis er hier irgendetwas zeigt, was in diese Richtung deutet. Und das kann eine scharfe Abwärtsbewegung sein, die dann von etwas Wackeligem geantwortet wird und das ist dann idealerweise hinreichend groß, also nicht zu klein, sondern zumindest mal 38er Marke, also ich sage jetzt mal sowas und dann ganz winzig, das ist mir zu wenig, um davon auszugehen, aber das und so eine 50er Retracement, 38er Retracement ist sehr häufig, dass der Kurs dann anschließend so eine Fortsetzung nach unten macht. Insbesondere, wenn das Ganze an einem Cluster passiert und den haben wir jetzt hier schon erreicht, wir hatten hier so ein bisschen ähnliche Situationen. Ich mag das auch, Fehleinschätzungen anzugucken. Viele sagen immer, ja, aber das klappt nicht immer. Richtig, das klappt leider nicht immer. Hier hatten wir auch eine scharfe Abwärtsbewegung und etwas relativ Wackeliges. Klar, es ist verhältnismäßig klein, ein bisschen größer, so wie ich das hier angedeutet habe, habe ich das lieber. Eigentlich wäre hier die Erwartungshaltung ganz gut, dass sie sich hier nach unten fortsetzt, aber so Kleinigkeiten, die die Aussagewahrscheinlichkeit ein wenig erhöhen ist, ist die Größe hinreichend. Sind wir in einem Cluster? Dieses Hoch hier, das ist das da, da waren wir noch nicht so richtig in einem Cluster. Das ist jetzt kein Beweis, dass es nicht nach unten geht, aber das lässt die Wahrscheinlichkeit, dass dann auch das hier, also die Fortsetzung da kommt, nicht ganz so groß werden. Aber ich will das gar nicht verhehlen, dass der Ansatz hier natürlich nicht sakrosankt ist im Sinne von, das funktioniert immer in allen Fällen. Es ist schon so, dass es hin und wieder nicht funktioniert, aber dann hat man halt ein kleines Risiko gegenüber einem typischerweise relativ großen Gewinn. Und das ist der Reiz dieser ganzen Geschichte. Noch sieht man es hier nicht, deshalb achtet da mal drauf, ob wir diese scharfe Abwärtsbewegung bekommen, dann die Wackelei abwarten, um dann die Fortsetzung mitzunehmen. Das ist etwas, was ich gerne mache. Wenn er jetzt tatsächlich eher nach unten wackelt, dann kann man sicherlich nochmal überlegen, ob man die Longseite nochmal nach vorne führt. So ähnlich wie wir das hier hatten, das war jetzt hier eine sehr langweilige Vormittagssituation, jetzt hier dann die Aufwärtsbewegung, dass es dann hier nochmal nach oben geht. Nachteil allerdings, dass dieser hier etwas kürzer ist, weil es ja nicht die erste Bewegung ist. Das sieht dann ein bisschen aus nach der 1, 2, 3, 4, 5, also quasi das Ganze in klein nochmal. Und dann hätten wir da oben, wenn da die 5 ist, dann auch diese 5 aus dem übergeordneten Bild. Also es würde sogar zusammenpassen, wenn es denn so wäre. Der Nasdaq, der ist super motiviert, der sagt sie, ich kenne hier gar nichts, ich gehe hier nur nach oben. Also der große Profiteur ist der Tech-Markt aktuell. Wir haben es auch gesehen, Google steigt, Facebook steigt. Das sind Titel übrigens, die wir bei uns ebenfalls auf unserer Liste eigentlich haben. Es gibt so viele, die ich noch nicht mal jetzt groß ankündigen konnte, aber die eigentlich beste Erwartungshaltung haben. Wir sehen das hier, Schub hoch bis 383 beispielsweise ist durchaus da zu erwarten. Also das ist zwar nicht immer so, aber sehr häufig, wenn wir solche Zonen hier verlassen, wie wir die hier haben, so ähnlich wie hier vorne, dass es dann erstmal ein deutliches Stück weiter geht und wir dann eben diese Mindestzielzonen hier erreichen. Google hat das übrigens ähnlich. Ich zeige euch das mal hier in diesem Fall. Ich habe das jetzt, Born for Trading, solche Titel häufig ja in der Liste drauf oder schicke da ein Screenshot. In diesem Fall war mir das jetzt zeitlich nicht gelungen. Aber das nochmal jetzt als Nachgang für diejenigen, die jetzt sehen, okay, das sind so die Zielerwartungen dafür. Regelmäßig haben wir das natürlich dann zeitnah, sodass ihr dann auch entsprechend reagieren könnt. Und wir arbeiten im Moment daran, dass mal so nebenher, dass ihr das noch zeitnah im Vorfeld kriegt. Also für alle, die da Spaß dran haben, freut euch da drauf, dass das noch einfacher für mich ist. Und je einfacher es für mich ist, dass die Daten bereitstehen, desto früher habt ihr es dann auch, dass ihr dann vorher reagieren könnt. Das ist ja so ein bisschen langweilige Show hier im Nachhinein, das zu zeigen. Zeigt aber den Grund oder den Zusammenhang, warum, und da sind wir ja drauf gekommen, der Nasdaq-Titel hier, also der Index, so heftig nach oben gekommen ist. Nichtsdestotrotz, auch hier gilt der grundsätzlich gleiche Gedanke, dass wir hier so eine 1, 2, 3, 4 und jetzt vielleicht eine 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 hier haben. Und dann irgendwann, wo auch immer, das ist ja eine dunkle Wolke, die wir noch gar nicht genau kennen, dann der Rücksetzer kommt. Der ist aber nicht schlimm, das ist jetzt nicht, dass es ganz großes Drama sein muss. Wenn es korrektiv ist, ist es dann die nächste Einladung für die Long-Seite. Aber ihr seht schon, wir sind da relativ weit gediehen. Seid also vorsichtig, wenn ihr hier Long einsteigt, also ich habe nichts gegen Long, im Moment gibt es hier nichts, was gegen die Aufwärtsseite spricht, aber rechnet damit, dass diese Bewegung bald zu Ende ist. Sprich, meine Tendenz ist dann lieber einen etwas engeren Stop zu machen und zu sagen, solange es läuft, super, nur falls wieder rein mit einem ganz engen Stop, das ist alles scheinbar besser als jetzt hier so ein halbgaren Stop irgendwo auf die Mitte. Denn wenn da die Korrektur kommt, dann landen wir auch nochmal hier in diesem Umfeld, ob es jetzt schon direkt losgeht, das werden wir sehen, aber bitte noch nicht short gehen jetzt. Aber wenn, dann wäre das hier so ungefähr, das ist so 15.200, 250, das wäre so eine Zielzone, so eine klassische für einen Rücksetzer, wenn es jetzt dann bald passiert, wenn es natürlich noch viel weiter steigt, dann geht das mehr. Aber ihr seht, das ist ja die 38er Marke, das wäre der da, das ist die 50er Marke, das wäre das da. Also das wäre hier eigentlich schon eine gute Zielmarke, aber nicht vergessen, es gibt noch keine Anzeichen, deshalb bitte noch nicht jetzt short gehen, denn das hier ist noch keine Einladung. Eine Einladung ist für mich, und das werden wir vielleicht heute Nachmittag dann noch beobachten, Schub runter, irgendwie korrektiv nach oben. Dann kann man sagen, ja, okay, jetzt haben wir nach oben aufgehört, jetzt passiert das und wenn wir dann eh schon so unterwegs sind, dann kommt die Kiste da unten auch nochmal zum Tragen. So, also das als kleiner Hinweis für die aktuellen Märkte, zumindest mal die Indizes, wir gucken uns jetzt natürlich gleich noch ein paar andere Titel an, diejenigen, die im Bond4Trading drin sind, kriegen dann das Ganze auch nochmal als Videobeiträge dazu. Allen anderen wünsche ich jetzt erstmal einen wunderschönen Nachmittag, wir hören uns in Bälde, ganz liebe Grüße, bis dann. Allen anderen wünsche ich jetzt erstmal einen wunderschönen Nachmittag, wir hören uns in Bälde, ganz liebe Grüße, bis dann. Allen anderen wünsche ich jetzt erstmal einen wunderschönen Nachmittag, wir hören uns in Bälde, ganz liebe Grüße, bis dann. Allen altura wünsche ich jetzt erstmal einen wunderschönen Nachmittag, wir hören uns in Bälde, ganz liebe Grüße, bis dann. Allen anderen wünsche ich jetzt erstmal einen wunderschönen Nachmittag, wir hören uns in Bälde, ganz nett, bis dann dahin. Allen Ginsberg, bis dann, bis dann. Vielen Dank.